Was geht Leute, willkommen zu einer neuen Runde Fortnite und zwar Leute, ich will kurz anmerken, wenn ihr das Video sieht, bei euch ist schon ein Update, ihr habt bestimmt schon die Jujutsu Kaisenskins und alles drum und dran, auf jeden Fall schreibt mir in die Kommentare was ihr euch gegönnt habt oder ob ihr euch irgendwas davon gönnt, ich lese die Kommentare mit, die ganze Zeit kein Eppchen, kein Eppchen, kein Eppchen, genießt einfach Summer of Fortnite, mich nervt es auch, dass wir kein Eppchen holen, kann man nix machen, vielleicht die Tage, vielleicht die Wochen, wer weiß, irgendwann kommt vielleicht wieder der Eppchen, ich würde sagen, viel Spaß mit der Folge. Ja der ist weg. Wird ich noch mal ein BG dringen oder? Ja das war's schon. Auch für mich. Chill, komm. Ja der ist weg. Ja der ist weg. Ja der ist weg. Wird ich noch mal ein BG dringen oder? Der haut direkt ab, der hat mich gefinisht, haut ab. Egal, hol mich. Wieso hat der so Schiss bekommen? Keine Ahnung. Der ist direkt abgehauen. Da ich seh den, der ist da oben. Ja der kommt. Hast du ihn bekommen, jawohl, perfekt. Ja. Hast deine Rache direkt abgenommen. Der kommt hier raus. Ne. Ne. Kleine Ahnung. Ne. Ne. Trink, trink, trink. Habe ich aber. Egal, der eine ist hopefully. Jetzt haben wir das an der Ecke. Die 2,8, zwei, 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 zwei und die zwei. Der kommt. Oha! Ja, passt. Ja, der sollte bei dir sein. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was hat der mir gegeben? Trüsch! Oder finish! Ich hab kein Leben mehr. Ich hab kein Leben mehr. Oh mein Gott. Hä? Sein Kollege kommt. Ab denn? Hallo. Die hat nen Lama. Was geht's? Holen wir unsere Sachen diesen ab. Ja, ich hab fertig. Die müssen nicht halten. Okay, let's go. Komm, Gegner. Ja. Doch, doch. Bin ich. Ja. Ah! Oha! Oh mein Gott! Komm runter, komm runter! Komm runter! Ja, komm! Headshot! Ey, die Schüsse! Was haben die für lucky Headshots, Junge? Komm runter! Komm runter! Das ist ja bald! Komm runter! so leute das wird jetzt die letzte runde leider wieder bisher kein epischen geschafft vielleicht wird es diese runde bereist nein nein ich werde auf mich geschossen wo bist du ich bin hier oben aber die sehen mich da nicht die haben mich da nicht gesehen versuche herzschutz treffen ah shit fand ich nicht ich habe mich nicht getraut zu schicken ich sehe dich jetzt müssen wir erwarten bis er kommt jetzt müssen wir warten bis er kommt nein lieber dein kopf du runde jetzt haut er ab Der kommt zu dir. Oh mein Gott, der ist hier. Hä? Warum? Wieso? Weshalb? Der hat mich gerade übel aufgerät, ey. Bratel, Töte werden im Spring. Der wird im Spring's richtiger gegen hier. Das heißt, wir könnten eigentlich den da oben holen. Auf Lock. Aber nur eigentlich. Oha! Oha! Nimm meine Karte. Alter, was war das? So ein Pisser, ey. Du hast dich selber aufgenommen. Nein, nein, hab ich nicht. Doch! Ja! Oh shit, ey! Ich hab sofort immer an diese Waffe. Sehr immer. Und ewig. Tarek. Hä? Ab rein. What the fuck? Eben. Nee, komm. Komm. Ich hab ein Gold. Du holst da noch rein. Komm, komm, komm. Nein! Das war's. Du holst. Du holst. Du holst.